Hey liebe Studis, herzlich willkommen zur zweiten Folge von What the Fuck is Happening. Wie bereits in der letzten Folge werden Matteo und ich euch auch heute wieder von den neuesten Terminen rund um die Uni und Göppingen berichten. Kommen wir zu den nächsten Terminen rund um die Hochschule. Genau, ihr habt Freunde oder Geschwister, die gerne studieren wollen, aber noch keinen Plan haben, was. Dann bietet sich am Samstag, den 13.05. die perfekte Gelegenheit, denn am Campus Stadtmitte findet der Tag der offenen Tür statt. Dort informiert die Studienberatung über die verschiedenen Studiengänge an unserer Hochschule. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, euch in einer Schnuppervorlesung schon mal ein Bild zu machen, wie zum Beispiel eine Vorlesung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen aussieht. Bis Montag, dem 8. Mai, habt ihr noch die Möglichkeit, euch zu den Prüfungen für das Sommersemester anzumelden. Aber auch nach dem 8. Mai könnt ihr euch gegen eine Gebühr von 10 Euro nachträglich zu den Prüfungen anmelden lassen. Und am Mittwoch, den 10. Mai, findet im Neckarforum in Esslingen der Industrietag unserer Hochschule statt. Viele große Unternehmen wie Kärcher oder auch Festo suchen dann die Arbeitskräfte von morgen. Besucht die Industriemester und knüpft neue Kontakte mit Unternehmen. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch schon der Traumjob zum Greifen nah. What the fuck goes party? Am Donnerstag, dem 4. Mai, veranstalten wir von der Fakultät Wirtschaft und Technik zusammen mit dem VWI eine Studieparty. Im Tresor im Weberpark könnt ihr ab 20 Uhr zusammen mit uns die Korken knallen lassen und ausgiebig feiern. Matteo, was geht in den nächsten Tagen und Wochen sonst so ab, außer unsere Party? Also, für alle Handballfans findet am Donnerstag, den 11.05. um 19.05. ein Heimspiel des Frisch auf Göppingen statt. Dann empfangen unsere Jungs in der EWS Arena den SC Leipzig. Aber auch für die Mädels und Beauty-Fanatiker ist was Cooles dabei. Am Wochenende, dem 13. und 14.05. findet ebenfalls in der EWS Arena die diesjährige Beauty- und Lifestyle-Messe statt. Das Event bietet euch die Möglichkeit, die neuesten Produkte zu entdecken und interessante Chancen und Präsentationen zu sehen. So, das war's auch schon mit der zweiten Folge von What the Fuck is Happening. Erzählt uns gerne in den Kommentaren, wen von euch wir auf der WTF-Party erwarten können und wovon ihr mehr erfahren möchtet. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es wieder heißt, What the Fuck is Happening.